UNTERTITELUNG Irgendwas stimmt da nicht, Sir! Vor 36 Minuten erhielten wir einen Evakuierungsnotruf von Air Force One. Zeigen Sie sich! Wer sind Sie? Du weißt nicht, wer ich bin, der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich bin Jäger. Das ist mein Wohnzimmer. Wer ist denn das? Das ist nur ein durchgeknallter Verrückter. Vor meinem letzten Atemzug werde ich Ihnen den Präsidenten liefern. Lauf, Ranger! Lauf! Keine Sorge, Mr. Präsident! Ich werde dich retten! Eine Großwildjagd wie diese hat es noch nie gegeben. Was für eine Show läuft da eigentlich? Hört mal los. Keine Sorge, Präsident. Ich krieg das hin. Okay. Sie wird explodieren! Das ist nur ein blöd! Ich bin in der Schweiz! Es durchladen, Arschloch! Das ist nur ein nahm! Wool ist an die Sorge. Die Sorge, Hosp